Hallo und herzlich willkommen bei Lebenskunst, bewusstes, autarkes und freies Leben. In diesem Video geht es um ein Thema, welches aus meiner Sicht sehr wichtig ist, vor allem, wenn man nach diesem Video erkannt hat, was wirklich dahinter steckt. Es geht darum, dass Instagram und Co., im Allgemeinen gesprochen Social Media, die Mode und die gesellschaftliche Vorstellung vom Aussehen des Menschen dazu führt, dass eine junge Generation, auch bekannt als Internet-Generation, massive und immer wiederkehrende Selbstwerteinbruchskonflikte erlebt. Was meine ich genau damit? Dieses Thema ist so allumfassend, so riesig und kann in vielen verschiedenen Bereichen immer und immer wieder erweitert werden, sodass ein Video diesbezüglich sicherlich um die zwei Stunden dauern würde. Aus diesem Grund habe ich mir überlegt, vor allem einen Teilaspekt hier rauszunehmen und mich auf diesen zu fokussieren. Und hierbei geht es vor allem um die jüngere Generation, insbesondere um die Frauen. Das heißt aber auch nicht, dass da nicht Männer betroffen sein können. Es ist bloß prozentual gesehen weitaus häufiger bei Frauen vorhanden. Ihr werdet auch gleich verstehen, warum das so ist. Und zwar das Phänomen, dass Frauen Zellulite bekommen, dass sie dicke Beine bekommen, was dann oft als Lymphstau diagnostiziert wird oder auch eine Krankheit, die als Elefantitis bezeichnet wird. Alles ist dasselbe, von dem her, wie es entsteht, wo die Ursache dafür liegt. Wenn man sich einmal anschaut, wie dieses Phänomen vor 100 Jahren aussah, dann wird man feststellen, dass es dieses Phänomen nahezu nicht gab. Wenn wir uns anschauen, was dahinter steckt und was sich vor allem geändert hat, landen wir bei sehr, sehr vielen Teilbereichen der Gesellschaft, die letztlich einerseits, könnte man sagen, instrumentalisiert wurden, weil das Wissen in Bezug auf die neue Medizin da ist und ganz gezielt angewendet wird. Natürlich nicht im Guten für den Menschen, sondern eher in dem Sinne, dass der Mensch sehr viel Leid erlebt, um daraus eventuell aufzuwachen. Aber auch das ist auch nur eine Hypothese von mir. Der Grund, die Ursache, warum sich dieses Thema, diese Thematik, dicke Beine, Zellulitis, Elefantitis, so sehr häuft, vor allem bei Frauen in der jüngeren Generation, ist ein lokaler Selbstwerteinbruchskonflikt. Dieser kommt dadurch zustande, dass durch Social Media, vor allem durch Instagram, aber auch durch die grundsätzliche Vorstellung der Gesellschaft, wie Frauen oder auch Männer auszusehen haben, durch die Mode, durch alles das, was dem Individuum ermöglicht, sich zu vergleichen, fängt der Vergleich an und er hört nicht auf, denn der Vergleich ist überall da, nahezu 24 Stunden, wenn ich innerhalb meines Egos mich darauf fokussiere. Das heißt, ich bin eine junge Frau, 18, 19, 20 Jahre alt und sehe überall, egal ob ich den Fernseher einschalte, ob ich auf Instagram gehe, ob ich mir irgendwelche YouTube-Videos anschaue. Ich sehe immer überproportional mehr Frauen, die dünne Beine haben, die grundsätzlich ein ästhetisches Aussehen habe, welches aus meinem eigenen Bild, aus meinem eigen erschaffenen Bild in Bezug auf eine schöne Frau überhaupt erst entstanden ist. Dadurch fange ich an, mich damit zu vergleichen. Dadurch, dass vor allem Kinder, die in die Jugendphase übergehen, nur sehr schwer ein eigenes Bild von sich entwickeln, findet überhaupt dieser Vergleich statt. Dieser Vergleich konnte früher vor allem mit den Nachbarskindern stattfinden. Er konnte früher vielleicht auch mit den ganzen Mitgliedern aus einem Verein stattfinden, innerhalb der Schule, innerhalb der eigenen Familie, aber nicht global gesehen. Das heißt, die Ausmaße oder die Möglichkeit, diesen Vergleich so weit auszuweiten, waren gar nicht da. Das heißt, dadurch, dass das ganze Thema, das menschliche Aussehen, so sehr verbreitet wird, haben wir überhaupt erst die Thematik, dass ein Selbstwirteinbruchskonflikt entstehen kann. Es liegt natürlich an jedem Selbst. Es liegt sehr stark an dem Thema der Identifikation mit dem eigenen Körper. Das heißt, wenn ich davon ausgehe oder wenn ich mich über meinen Körper definiere, dann bin ich natürlich gewillt, alles Mögliche zu tun, um diesen Körper einerseits aufrechtzuerhalten, aber vor allem ihn auch schön zu halten. Und wenn ich dann von überall sehe, dass die Frauen in meinem Alter oder eben auch vielleicht ein paar Jahre älter deutlich ästhetischer aus meiner selbst definierten Sichtweise heraus aussehen, was die Beine betrifft, was auch die Füße vielleicht betrifft, dann habe ich genau diesen Vergleich, der dazu führt, dass ich für mich feststellen muss, meine Beine sind nicht so schön. Dadurch startet dieser leichte Selbstwirteinbruchskonflikt. Und der hat zur Folge, dass während der Konfliktaktivität immer mehr Fettzellen abgebaut werden. Denn dort kommt es zu einer Nekrose. Das heißt, zu einem Abbau von Zellen. Wird dieser Konflikt gelöst? Und das liegt sehr, sehr nahe. Weil dadurch, dass ich immer mehr Fettpolster so gesehen verliere, aufgrund dieser Konfliktaktivität, komme ich, nachdem ich an einem Punkt angekommen bin, wenn die konfliktaktive Phase schon länger läuft, an den Punkt, wo ich sehe, hey, ich habe wieder dünnere Beine. Das gefällt mir. Das ist ästhetischer. Und dann kommen wir in die gelöste Phase. Und in dieser gelösten Phase findet genau das Gegenteil statt. Es wird Fettgewebe wieder aufgebaut. Und jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Teil. Wenn das immer und immer wieder so passiert, das heißt, dass wir immer wieder Rezidive bekommen und letztlich auch in einer hängenden Heilung uns befinden, dann wird so überschießend Fettgewebe, nachdem der Konflikt gelöst ist, aufgebaut, dass übermäßige Fettpolster überhaupt erst entstehen. Das heißt, jedem sollte jetzt klar sein, dass daraus ein wirklicher Teufelskreislauf entsteht. Und dieser Teufelskreislauf, der kann nicht aufgehoben werden durch irgendwelche Operationen, er kann nicht aufgehoben werden durch irgendwelche Diäten oder durch Sport, sondern das Einzige, wie ich da rangehen kann, ist, dass ich mir bewusst werde, dass ich mich weder vergleichen soll, noch, dass ich aufgrund dessen, dass ich ein Bild habe von der Frau oder vom Mann, wie gesagt, es kann auch bei Männern vorkommen, dass dieses Bild verzerrt ist, dass es nicht dem entspricht, wie 99,9% der Menschen auf dieser Welt hier aussehen, sondern, dass ich einen sehr selektiven Blick darauf habe, weil ich den Fokus darüber überhaupt habe und ich mich auch so sehr mit dem, was ich als Körper habe, identifiziere. Wenn ich das erkenne, dann komme ich aus diesem Rezidiv, aus dieser immer wiederkehrenden Konfliktaktivität raus und ich löse, so gesehen, den Konflikt für immer auf. Das ist, wie ich es gerade schon gesagt habe, natürlich ein sehr schwieriges Unterfangen. Es zeigt aber auf, wie das Ganze überhaupt erst entstehen kann. Was hierbei natürlich auch genannt werden muss, ist, dass die Natur keinen Unterschied macht zwischen dick und zwischen dünn. Denn so wie es die gesellschaftliche Sichtweise ist in Bezug auf das Aussehen des Menschen, dass wir unterscheiden zwischen dick und dünn. Das gibt es nur aufgrund dessen, dass wir durch die Identifikation mit dem Körper und dem jeweiligen Vergleich mit anderen Körpern in den Vergleich kommen und in die Bewertung. Katzen, die zusammenleben und die eine dick ist und die andere dünn ist, da wird es nicht so aussehen, dass die eine die andere Katze hänselt, mobbt, wie man das heutzutage sagt. Das gibt es nicht, weil wir als Menschen durch unser Ich immer wieder dazu neigen, zu bewerten, uns zu positionieren und zu sagen, ich bin so und du bist so. Nein, das ist etwas, was du dir erdenkst. Das ist etwas, was du dir vorstellst. Das, was du scheinbar bist oder das, was du denkst, was du bist, bist du nicht. Das heißt, über die Spiritualität, über die innere Entwicklung kann so etwas wunderbar angegangen werden. Deswegen versuche ich ja auch vor allem hier in diesem Format, der zeitlose Moment, genau diese zwei Themen zusammenzubringen. Einmal die Spiritualität und einmal die neue Medizin, weil du durch die neue Medizin quasi an den Hintergrund herankommst und dieser Hintergrund, der steckt in uns allen drin. Das müssen wir uns nur bewusst werden. Das heißt, diesen Kreislauf zu durchbrechen durch die Erkenntnis, dass das alles nur durch das Außen erzeugt wird und ich mich mit dem Außen und mit meinem Körper, was ja auch ein Teil des Außen ist, identifiziere. Das schaffen nur sehr, sehr wenige Menschen. Deshalb ist es ja auch so, dass der Anstieg in Bezug auf diese Problematik so massiv ist und sich nahezu zeitgleich entwickelt hat, als es Social Media gab. Es gab natürlich auch davor schon diese Thematik. Diese wurde unter anderem, wie ich es ganz am Anfang auch geschildert hatte, durch die grundsätzliche Vorstellung der Gesellschaft wie Mann und Frau auszusehen haben, ausgelöst. Oder eben auch durch einen Teilaspekt, die Mode. Dass es verschiedenste Kleidungsstücke nur in einer gewissen Größe gibt und habe ich da keine Möglichkeit, ein Kleidungsstück zu bekommen, weil ich eine größere Größe bräuchte, verfalle ich natürlich, je öfters das passiert, immer und immer wieder in eine Krise. Eine Krise, die als Selbstwirteinbruchskonflikt letztlich dann stattfindet. Und wie ich es am Anfang gesagt habe, man könnte aus diesem Thema so viel machen. Man könnte so viel aufklären diesbezüglich. Weil aus meiner Sicht ist es ein Thema, was jeden Menschen irgendwo betrifft. Weil es müssen ja nicht nur die Beine sein. Es kann ja genauso gut auch die Oberarme sein, der Bauch sein und so weiter und so fort. Weil die Grundthematik, das, was dahinter steckt, ist immer das Gleiche. Plus ist es natürlich auch so, dass verschiedenste Körperstrukturen und verschiedenste Identifikationen mit diesen Körperstrukturen in Bezug darauf, was dem eigenen Ego wichtig ist, maßgeblich davon abhängen, ob ich diese Problematik in Bezug auf die Beine bekomme, in Bezug auf die Arme bekomme oder in Bezug auf meinen Bauch bekomme. Das heißt, wenn ich einen dickeren Bauch habe als die Norm, die es nicht gibt, sondern die dir gesellschaftlich vorgelebt wird, dann erlebe ich im Laufe der Zeit genau das Gegenteil. Das heißt, ich werde immer mehr Bauchansatz bekommen. Weil ich immer wieder in diesen Selbstwerteinbruchskonflikt hineinkomme. Wie gesagt, es ist vollkommen egal, welche Körperstruktur. Deswegen wollte ich mir auch eine Sache nur rauspicken, um aufzuzeigen, was da wirklich dahinter steckt und wie sehr es damit zu tun hat, dass wir denken, dass wir unser Körper sind und dass unser Körper möglichst schön sein muss, weil wir den ganzen Tag nichts anderes vorgelebt bekommen. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, ob du davon betroffen bist oder hast du das vielleicht für dich schon überwunden und hast auch bemerkt, dass wenn du diese Rezidivschleife aufgebrochen hast für dich und nicht immer wieder neu da reingeschlittert bist und überschießendes Fettzellenwachstum hattest, dass du jetzt an einem Punkt vielleicht zehn Jahre später bist, wo du erkennst, dass das, was da überhaupt passiert ist, genau diese Ursache hatte. Lass es mich wissen, wenn du zu diesem Thema etwas zu sagen hast in der Kommentarsektion unter dem Video. Würde mich sehr, sehr freuen. Wenn dir dieses Video gefallen hat und dich weitergebracht hat, auch dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, die eventuell dieses Problem haben und einfach versuchen, es loszuwerden, aber eben nicht die Ursache tatsächlich dahinter erkennen, dann teile diesen doch bitte dieses Video hier von mir. Solltest du noch kein Abonnent meines Kanals sein, dann hol das doch bitte jetzt einmal nach und wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du hier das neue hochgeladene Video oder jeden gestarteten Livestream von mir angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal. Euer Ingmar.